und haben wir es überlebt wir haben es überlebt ist aber der storm siegt sieht sehr gut aus ja und damit zeit gewusst man neben zwege gnome hobbits und erinnerung zu einem neuen part minikraft story mode den zahnfürst es ist der tag er ist tot der storm wir haben es geschafft wir sind nicht explodiert ohne euch hätte ich das wirklich nie geschafft ja danke an alle der somit dabei wird auch noch überlebt nicht wo sind denn die blieben ohne rüstung jetzt nicht überlebt weil sie keine rüstung hatte und nein nein verdammt das hatte ich nicht daran hatte jetzt nicht gedacht ich hätte so uns rüstung nicht hohen sondern ich hätte merken das rüstung nehmen sollen danke für alles es tut mir leid ich hätte es wissen müssen ich wollte nicht dass du stirbst verzeih mir verzeiht mir leute nein nein verdammt ich fing sie an zu mögen ich werde sie alle retten ich werde die leute retten wir sind die guten die leute retten ich bin ich habe sie die leute sie ist tot die leute in der bestätigte aber an die gratis tot und nein das hat tot gegeben na dann lasst die rettungsmession beginnen dass uns mehr leben retten es ist die leben retten die wir noch retten können es tut aber wir können andere retten es tut mir jetzt sehr sehr dolle weh hätte ich das geahnt ja ich meine merken das wäre es auch schade um ihn gewesen ihn zu opfern wäre auch nicht gerade das beste gewesen alle gart du willst dronen ingenieuren was halt warte bin verserrt au weia das gefällt mir gerade gar nicht was ist dann los was passiert hier was macht sie hier jetzt überlebt sie gibt noch nein es lebt nicht doch elegance darf nicht umsonst gestorben sein nein es lebt noch der wo der storm au kacke und war das ein ende hier wir beginnen trotzdem schon hier nächste episode aber erstmal beenden wir hier diese episode oh nein und und gabriel der ist doch auch schon fast zu tot oh nein und 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 was ist mit petra los was zum geier was für ein cliffhanger ist denn das bitte hier am ende des nicht des parts aber der episode au wei das können wir so nicht stehen lassen das müssen wir gleich mit episode 4 starten das müssen wir jetzt hier gleich hinten dran legen episode 3 ist beendet mit einem gigantischen riesigen cliffhanger und dann gehts wo weiter episode 4 wartet auf uns auf gehts klären wir die mysterien rund um der storm und und gable mit seiner krankheit was dem noch passieren wird na dann auf ins abenteuer wir stürzen uns direkt ins kalte wasser auf eh episode 4 Ja, zwischen Blöcken und Ambus, zwischen Block und Ambus, auf geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, damit zurück ins Spiel. Neue Part ist noch nicht, ist noch der alte. Dann noch mal weiter, Petra weiß nicht, wer sie ist, ist alles in Ordnung, das könnte man mal fragen. Ja, Petra, du kennst mich, du weißt, wer ich bin, eigentlich. Müsstest du mich kennen. Willkommen. Ja, irgendwie aber auch nicht. Wir haben sie gefunden, dann aber auch irgendwie nicht. Oh ja, das sieht sehr kautisch aus. Ach, die Schande. Ja. Okay, ich kann noch nichts tun. Das ist alles hier die Intro-Sequenz. Die Tammy Vance sind noch nichts drin. Ähm, bist du verrückt? Ah, und? Also, genau, es ist uns in Gefahr. Wenn du eh schon hier in Gefahr, musst du noch mehr Scheiße verursachen. Ein Gable, der ist ein bisschen geschwächt. Durch die Krankheit, durch die Butterkrankheit. Ähm, lass uns ein Portal bauen. Ja, warum nicht? Das halte ich für... ...sinnvoll. ...Obsidien brauchen wir da nicht. Ja gut. Hat hier mal eine Idee, wie wir hier wegkommen? Schon übrigens ja nicht zu versuchen, den Bruder zu besiegen. Jetzt haben wir zwei von der Sorte. So, zähmen. Und, Gallop. Komm, wir müssen Gabriel mitnehmen. Ich kümmer mich an Gabriel. Ich habe schon oft genug gemacht. Und schon oft genug Bedfarm am Stich gelassen. Das mache ich jetzt wieder. Auf geht's. Okay. Schaut nach Quicktime Events aus. Okay, reiten, reiten, reiten. Ach so. So muss jetzt hier reiten. Links und rechts. Hindernis umgehen. Wow. Äh, also so mache ich es falsch. Und so bin ich tot. Bin ich direkt in den Küper reingerannt. Kommt vor. Sollte nicht so sein. Oh nee, bei mir kommt es vor. Oh, er hat Hulman mitgenommen. Das ist schön. Das ist nett von ihm. Oh, oh. Rieber. Spinne. Was soll ich mit dem Milchknopf machen? Nichts kann ich damit machen. Oh nein. Spinne. Oh, Mini. Zombie war das gerade. Ein hindergroßer Zombie. Hab den gesehen. Ein Babyzombie. Ganz kurz unten links am Bildschirm. Hui. Springt. Oh wei. Das war nicht gut. Sorry. Ja, dem Gabriel geht es gar nicht gut. Okay, well, the warrior. Mein Englisch ist scheiße. Okay, well. Okay. Wetter ausweichen hier. Nicht in den Strahl geraten. Hui. Dann war es das mit uns. Hui. Drüber. Quicktime Events. Hui. Links. Nein. Tot. Flammt. Aha, gut. Nicht ganz von vorne. Nur ein Teil von vorne. Das wäre ja auch zu mies gewesen. So, jetzt mal einen besseren Quicktimen. Hui. Runter. X. So, rechts. Und links. Ich habe doch links gedrückt. Meine Güte. Und sterb hier noch am Ende des Partes. Viel zu oft. Und dann komm. Jetzt muss man die Flucht noch schaffen in diesem Part. Na komm. Hu. Runter. Rechts links. Nichts. Erstmal. Und dann rechts. Und scharf links. Hu. Wieder. Oh wei. X. Nein. 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 Hu. Ha. Der war schlecht gesprungen. Hauptsache gesprungen. Oh 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 oh. Enderman. Denn der wird gerade verschlungen. Äh. Was. Die Endermen zersetzen. Den Witherstorm. Die müssen eine Brücke bauen. Und das geht ja sehr schnell hier in Minecraft Store Modes. So. Dann mal weiter. Wenn ich einen Meisterbau oder was. So eine Brücke sehr schnell bauen können. Ja. You're screaming in my ear. Sorry. Hä. Äxel. Ja. 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 We made it. We actually freaking made it. Jessie. Petra was saying some pretty weird stuff back on that horse. Ja. Das hat sie schon bevor sie aufs Pferd aufgestiegen ist. Da hat sie schon was durchgeredet. Mit Petsua reden Scheinbar nicht Sie erinnert sich an nichts Scheint sich wirklich an nichts zu erinnern Amnesie oder so Wahrscheinlich nichts am Winterstorm Aber Erstmal kann sich an nichts erinnern Wer kann das denn am Winterstorm liegen? Du warst gefangen Ja Sie kann sich nur in Dunkelheit erinnern Ja Gut was da ein paar rote Augen Sieht gar nicht gut aus Vielleicht ist das auch ein Symptom dieser Krankheit Dieser Mutterkrankheit könnte auch eine andere Art davon sein Der Gable wurde nur berührt Deshalb hat er irgendwie verfolgen In der Arme und Körperteile Stirbt langsam dahin Und Die ist halt verschluckt worden Deshalb kann sich an gar nichts mehr erinnern Und hat halt diese Symptome So könnte es sein Wie? Wie wird das passiert? Ja Dass nicht nur ein Freund Aber ein Mitglied der Ordnung der Wege Ach Leute Ja Sie Das risiko Sie kämpfte für uns Im Kampf Und stark für unsere Sache Das ist schade, aber Wir müssen es begreifen, wir müssen es kapieren Ja, die Vormittabumbe hat versagt Ach, drei haben wir sogar, ich habe zwei gezählt Jetzt haben wir die verdrittelte, verdreifachte Variante Warum funktioniert das nicht? Hat doch eigentlich funktioniert Einen Moment nachzudenken Ah, eine Jacke kann sie sichern haben Das ist cool Okay, ich kann sichern haben Aber es tut eh weh, wenn ich irgendwas ändern will Oh, es steht die Stimmung um sie Ähm, Petra ist verwirrt Lukas, drehen wir mit dir Ach, Lukas, geh nicht weg, wir brauchen nicht ein Team Liga hat es tot, Gabriel stirbt auch, wir brauchen dich Du bist unser Team, wir können nicht noch mehr Leute verlieren Das ist so und haben wir jetzt auch, glaube ich, fast schon verloren Das ist, ach man, das Team fällt wieder auseinander Bitte bleib, Lukas, wir brauchen dich wirklich Du bist ein gutes Team Du bist ein guter Teil des Teams Du bist ein guter Teil des Teams Benötigen nicht wirklich Er bleibt Oh, eine wichtige Entscheidung Ich habe ihn zum Bleiben überredet Ich weiß, ob das ein Fehler war, aber Wir haben es gemacht Wird bestimmt Folgen haben, aber Bruchsteine Bruchsteine Ja, die sind wirklich zu ja nichts Nütze Ruben You doing okay? You doing okay? You doing okay? Of course you are I wish I could say the same for everyone else Petra Die verwirrte Petra Reden mit ihr Kleine Bruchstücke kommen wieder Ah, das ist doch schon der Weg zur Heilung Ah, sie erinnert sich, da war was, aber sie weiß nicht wie genau das war Du hast mich gerettet Ja Ich bin Ah, die Erinnerung kommen wieder Nein, nicht der nächste Ja, die Endercon Wir waren auf der Endercon Ich nutze sie sich darin Ich mag es nicht, wenn die Leute an meine Freunde nehmen Warte 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 ich habe es versucht ja ich habe es ja versucht jetzt habe ich leider gerettet und dann habe ich versucht noch sie zu retten wir ziehen auf sie und den geben reden wir mit ihm noch mit geht es denn hier mein lieber du wirst uns jetzt nicht sterben oder du siehst schrecklich aus nicht sterben nicht sterben wir brauchen die wirklich sehr die alte mission die von euro ausgesetzt wurde diese mission ja was soll ich sagen wir müssen weiter aber ja ja und wenn nichts das gewesen wäre dann wäre nicht das und wenn 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 das würdchen wir nicht lernen und wir haben alle fehler gemacht ja und ich trage immer noch immer ganz hustet würde ich jetzt eigentlich magnus hustung tragen und wenn englis tut und der legat noch um dem hätte mich hätte ich mich anders entschieden ich kann sich nicht mehr an ruben erinnern nein du hast ruben verscheucht auch mensch petra und das was noch von ihr übrig geblieben ist das was ihr noch verblieben ist ihre erinnerung lucas ist hier ja ich bin wirklich froh dass er hier geblieben ist ich brauche den kipp noch ruben kommt zurück hau nicht ab wir brauchen dich noch der oder storm oh man na steuerung gehen mit ruben hau mich nicht ab ruben ich brauche doch mein schwein ich hoffe vor allem gabel wird sich erholen ja sie wird schon wieder die petra ok der wird uns sterben die gruppe zerbricht ruben wird es nicht vergessen ja bestimmt das schwein wird es nicht vergessen nein alle streiten miteinander und alle gehen auseinander so kann es doch nicht gehen die leiter benutzen es ist ja anstrengend leute das macht denn der hier warum bist du denn hier du hast den ganzen scheiß hier ausgelöst oh feil ja das wissen wir wir sind in großer gefahr alles klar das hast du jetzt erst begriffen oder was ok oh oh das sind doch vielleicht brand heiße news mit denen wir diesen part beenden können im nächsten part geht es weiter wenn ihr euch gefallen haben lasst auch ein abo da wenn ihr neu seid aktiviert das glöckchen um nichts mehr zu verpassen ihr wisst bescheid habt einen angenehmen fürstlichen tag sagte ich das schon egal man kann es nicht oft genug sagen höre ich auf zu reden jetzt fängt es schon an sprachprobleme man sieht sich ciao ciao und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017